Ich hab David gefunden. Wo ist der nur hingelatscht? Die Lava geht ja tief, tief weit nach unten. Fuck, fuck, fuck. Aua. Boah, das war jetzt eigentlich nicht in die Lände. Er hat sich doch damit selber eine Falle gestellt, ey. Okay. 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 Oh, hallo, Skelette. David hat das jetzt bestimmt gedacht, dass ich draußen bin. Und dann hat er sich bestimmt, glaube ich, erschrocken, dass ich auf einmal jetzt... Wie ist der Stein? Nee, hab ich natürlich nicht. Warum denn auch? Ich hab vier Steine. Respekt, Dominik. Respekt. Respekt, Respekt, Respekt. Fuck, ey. Ey, wie komm ich jetzt hier raus aus diesem Scheiß-Cuff? Ich hab doch bestimmt nicht nur einen Weg, der ausführt, oder? Doch. Scheiße. Ich hab viel zu viel Schiss, ey. David fertig zu machen. Okay. Komm. Scheiß drauf. Gegen David möchte ich gerne sterben. Da nehm ich's auch noch an. Gegen Gabriel nur nicht, aber... Ja. Da muss irgendwo anders auch sein. Ich hab bestimmt noch andere Wege hier. Der hat so viele Fackeln platziert. Und der hat das Eisen hier nicht mitgenommen. Hm. David, David, David. Ich kann auch mit Lava-Eimer spielen, ey. What the fuck? Okay. Schnell nach unten oder so. Ich bin mir da哪ig. Gott. Ich bin da. Ich bin da. Ja. Ja. Ich bin da. Ich bin da. Und da. Aber ich bin da. Kluger Mensch, der Typ. Kluger Mensch. Ey, das war hier echt krass, Strip-Mine. Wo ist der Wichser? Fuck! Ist er anders gelaufen. Hä? Der hat sich hier hochgebaut. Der hat sich hier hochgebaut, der Wichser. Ey, wie klug der ist. Ich bin großartig. Ich bin großartig. Ich habe mir einfach viel zu viel Zeit gegeben. Ich habe viel zu lange überlegt. Der ist jetzt schon wieder ganz weit oben. Das steht auf jeden Fall fest, dass er ganz weit oben steht. Verdammt. Okay. Kann ich mir schon noch entgegen. Da war doch sein Name, oder? Oh, hab er da. Hallo. Schnell weg hier. Verzauberer. Wo hat er den Verzauberer gemacht? Fuck. Oh. Oder hat er diesen verflixten Verzauberer gemacht. Find out. Wo war da? Oh. Yeah. Okay. Vielleicht auf dem Gang. Und ja. Okay. Baby. Ohne Spaß, ey. Ganz ehrlich, das muss man einfach ihm lassen. Der ist einfach so schlau in diesem Game. Das ist echt der Wahnsinn. Meine Hure, ey. Der ist eine Kuh. Komm, Gabriel, wo bist du nun? Er hat eine Kuh geschubst. Verdammt, vielleicht ist er bei mir. Er ist draußen. Jawohl. Den fick ich jetzt. Gau mal. What the fuck? Kann es gar nicht geben, Lex. Ja, Gabriel hat schlechte Verbindung hierzu. Stimmt. Huuuaha. Hätte er mich jetzt vergiftet, ey. Hat er mich vergiftet? Tatsächlich, Langsamkeit. Verdammt. Deck mich. Hure. Der hat mich echt krass ausgetrickst, ey. So ein Wichser. Verdammt, verdammt, verdammt. Wo ist der Gabriel, ey? Das kann doch nicht angehen. So eine kleine Pussy, weißt du? Kann doch sonst irgendwo sein, ey. Der hat mich richtig krass ausgetrickst, dieser David. Aber er kann es einfach. Das ist das. Das ist das Problem. Er kann einfach dieses Spiel so... Er kann drei Jahre... Er braucht drei Jahre kein Minecraft-Steam. Er weiß trotzdem alles. Er kann dich trotzdem extremst krass austricksen und... Macht dann aus dir Hackfleisch oder so. Das ist echt der Wahnsinn. Deswegen hasse ich manchmal diesen Typ. Auf jeden Fall, wenn ich gegen ihn spiele, Minecraft oder so. So wie gerade eben. Hat man ja gerade gesehen, ey. So, ich brauche Holz und, äh, Stein. Scheiße. Das ist natürlich jetzt nicht so intelligent. Ich habe, ich habe, ja. Komm, noch essen. Ich brauche Holz. Für eine Werkbank. Eine reicht. Ich habe mich für die jetzt... Ah, ich werde angegriffen. Scheiße. Ach so, ich habe da noch Holz. Siehst du, da war ja was. Eine Kohle habe ich noch. Dann zeigen wir mal ein bisschen Aufmerksamkeit hier. Wie ging denn nochmal ein Bogen? So, so, so. Fuck! Wie ging es zur Hölle nochmal ein Bogen? Ich würde es jetzt auch ungern googlen. So? Nee, so. Oh, ich weiß es gerade nicht. Verdammt! Aber ich habe Federn, ne? Nee, hatte ich. Verdammt. So. Einfach mal stehen lassen, falls ich hier nochmal rumkomme oder so. Oh, hier ist noch eine Kuh. Da würde ich auch nochmal mit. Hey, Kuh. Oh, Essen. Entschuldigung. Deswegen musstest du sterben. Das ist keiner wie Fick dazu. Nee, 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 nee. Oh. Gut, machen wir es so. Ey, wie lange wollen wir denn jetzt hier noch sitzen? Ohne scheiß, kleiner Zombie. Oh. 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 Hier ist warm. Hier ist sehr, sehr warm. So langsam aber sicher. Kann man auch aufhören, ne? So. So. So.